Mary Rose, große Sorge um Schwester Tina York, Not-OP Eigentlich wollte Schlagersängerin und Dschungelcamp-Teilnehmerin Tina York Ende April ganz in Ruhe ihren 70. Geburtstag feiern. Mit Freunden, mit der Familie, ganz entspannt. Doch dann geschah das Unglück, Tina stürzte auf der Treppe in die Tiefe. Mit dabei, ihre große Schwester Mary Rose. Ausgerechnet einen Tag vor ihrem runden Geburtstag fiel Tina York die Treppe hinunter. Das berichtet das Magazin Freizeit Revue. Abends sei sie mit ihrer Schwester Mary Rose noch in ihrer Heimat Hamburg spazieren gewesen. Die beiden sind ein Herz und eine Seele, zwei Schwestern, die sich aufeinander verlassen und aufeinander aufpassen. Als Tina die Treppe nach dem Spaziergang nach unten fiel, blieb auch Mary kurz fast das Herz stehen. Tina York berichtet im Interview, ganz furchtbar. Ich bin so unglaublich blöd gefallen. Der Rettungswagen kam, nahm Tina mit ins Krankenhaus. Und dort die Schockdiagnose, Trümmerbruch im rechten Arm und in der rechten Schulter. Not-OP. Was für ein Schock. Tina York im Krankenhaus, so ging es weiter. Mary Rose habe sofort die große Party am nächsten Tag abgesagt. Sie wollte ihrer Schwester natürlich lieber im Krankenhaus beistehen. Tina findet sich heute immer noch in ärztlicher Behandlung, das muss bewegt werden, vor allem die Schulter, weil das Teile sind, die ganz schnell am Körper festkleben. Und dann ist der Arm steif und die Schulter steif. Ihre große Schwester Mary kümmerte sich rührend um sie. Nun muss Tina täglich 20 Minuten ihren Arm an einem speziellen Gerät trainieren, um Versteifungen zu verhindern. Mit nur einem Arm muss sie sich derzeit anziehen, Haare waschen, Zähne putzen und all die alltäglichen Dinge verrichten, für die sie normalerweise zwei Arme hat. Arme Tina, wir wünschen weiterhin eine gute Besserung. Arme Tina, wir wünschen weiterhin eine gute Besserung.